Yo Leute, gebt euch mein Album, es lohnt sich. Yo Leute, der Stig Gangster hier. Ich wollte das eigentlich nicht machen und bin auch immer noch nach wie vor dagegen, aber ich tue euch den Gefallen und bringe ein Reaction Video zu Army Tournament Kit. Slick.devu Meine alte Seite. Alles runtergeschmissen. Damals habe ich extra alles mitten auf dem Tisch geknallt. Extra für diesen Effekt, dass ich alles runter schmeiße. Das war auch echt lustig. Ja, manchmal hatte ich schon echt weitergegeben. Diet. Fehler, Fehler-Song von Windows. Diet. Ich sag's nicht noch einmal, so voll autoritär. Ich guck mal Kommentare durch. Ich friss meine geschmolzene Scheiße. Ich friss meine geschmolzene Scheiße. Oh nein. Ich friss meine Schmerzen. Ich friss meine Schmerzen. Lachen wir mal! Wir sind die Karte! Lachen wir mal! Logisch! Wenn es lädt, muss man immer so lange warten! Wow! Das war gut! Nicht darauf klarkommen, dass es lädt! Wenn es lädt, muss man immer so lange warten! Es geht nicht! Du Hurt! Nimm das! Frisch das! Lass uns! Frisch das! Du und Juni, ich werde dich aufbringen! Das ist ein Schatz! Das ist ein Schatz! Lachen wir mal! Wauw! 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 Jetzt Berserker Mode on oder was? Wauw! 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 Ja, also wenn ich das zum ersten Mal sehen würde und ein ganz neues Video wäre, würde ich es auch mal sagen, hat Kühlt Potenzial! Ja, manche saßen. Manches ist echt einfallsreich gewesen. Ich hätte noch lauter schreien müssen. Ich habe ein bisschen wenig rumgeschrieben in meinem Video, weißt du? Boah, jetzt habe ich gerade ein Flashback. Jetzt habe ich gerade ein Flashback. Jetzt glaube ich, wie ich das gehört habe. Es gab einen Song. Es gab einen Song, wo im Refrain vorkam. Ein Sound aus diesem Video. Ich werde dich einfach abknallen. Ich werde dich einfach abknallen. So einen Song gab es, aber da werde ich jetzt nie drauf kommen, was das war. Aber gab es mal. Jetzt, wo ich es gehört habe. Okay. Das war das. Reaction zu Unreal Tournament Kit. So. Ey, Nutzi, ich bin einfach der mit dem besten Fickstil. Warum raps ich denn dich übers Ficken? Bitch, ich fick viel. Ich bin Ivan Kalaschnikok, nenn man mich nicht umsonst. Für dich eine Jungfrau so hart ficken, wird sie uns einfach keine Ruhe. Entweder mein Schwanz oder Coca oder Fotos. Ich bin einfach King an den Wänden, meine Logos. Ich will den Song raus. Will ich, wenn ich ihn raushole und danach rumpelt sie, wenn ich mich mal austobe? Ich bin ne Bombespeed in mein Energy rein. Du fragst mich nach K.O. Tropfen? Penner zieh Leine. Bevor ich aushole und meine Paus dein Gesicht küsst. Und bevor du mich wie ein Sprach voller warst, sag ich Tschüss. Tschüss.